hast du das auch schon? das ist so ein beschädigt so einen habe ich schon gezähmt denn der da fliegt? ja den habe ich hier achso hohohohoho die sind zu hart mann Pfeil, Leder Floppy, wir brauchen Wixi Floppy, Floppy Disc gut ich kann auch mit 5 Floppys hier unterwegs sein wenn ich sagen muss was wenn ich in ernst sorry ich würde Voltfeder haben die straße hoch oder? vielleicht filmen wir da noch irgendwas jetzt noch mal kurz abbeißen hier ich glaube das Auto laufen kommt da sind so viele NPCs hier die irgendwas angreifen naja wir sind ja gar falsch verdammt andersrum oder? ja oh mein Gott das ist ja mit der mit dem Pfeil ich gucke dann ist der Pfeil richtig und dann rieche ich mich um dann ist er falsch und dann ist er richtig keine Ahnung hier ist nur mal so ein Boss Robin hier ist nur mal so ein Boss Robin das Geschlecht wo hatten wir das Boss Zeichen? hat der nicht neben der also bei mir hat er neben weiblich noch so ein Boss Ding das ist doch nur das Geschlecht bei mir so dieses da neben weiblich hat er bei mir noch dieses Hörnchen Ding bei mir nicht ne ja? vielleicht für mich nur wegen dem Level? kann sein ja zu hoch ja weil mein Chill der der hat das ja auch noch 40 haupt sie lebt im Wald von der Jagd und ähnelt den Menschen seiner Natur wenn dieser Pal wie angenommen wird ein entfernter Verwandtes Menschen ist ist können das wird es wieder weg Romenquill Verwandte des Menschen es könnte das helfen zu verstehen was was Pauls sind Trist du beim gemeinsamen Kampf den Schwachpunkt erhöht sich der genommene Schaden der kann halt sehr viel Aussaat Handwerk zwei Holzwerk kann sehr viel aus dem Berg und so nicht jetzt so ein grüner Gnobel so eine Lüffmank können wir das beide Jo ich wird angeschossen von hinten what the fuck warum machen meine Tiere nichts warum macht meine Tiere nichts machen die nur wenn ich drauf schieße genau voll krass noch so einer ich bin aber ziemlich low grad wirst du probieren den zu holen für dich ja 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 lass mal machen brauchst du noch grüne äh ja ich hab einen ich hab ein bisschen eine ich hab dir die Hälfte ich hab hier 16 Stück ich hab noch 17 zu richtigen ja 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 aber ich sah am Boden nicht gut aus okay bisschen Lehm vielleicht Regen noch ich hab nur 900 von 1300 naja ja der Robin ja der Schotten gibt auch viel mensch ganz entspannt geht auch so ich meine ja manche Viecher sehen schon sehr ähnlich aus wie ne hier gewisse Taschenmonster äh äh okay mach mach fang an fang an fang an da hab ich den Speer nicht draußen oder was ich geh ich geh nahe kam Speer einmal kurz okay jetzt du musst das ganz auch machen du musst das ganz auch machen ja das geht nicht einfach nochmal ich kann nicht mehr hauen jetzt ist zu low immer wieder immer wieder einfach mal den nächsten einfach den nächsten du bist dann sehr low ich hab glaub ich ähnliches Level wie er und du hast doch nicht geskillt das oder? nein aber easy jawoll gg ich hab zwei Punkte auf Zuverlässigkeit getan was die Bälle angeht ähm unbelastbar mhm achso was hat denn meiner gar nicht gesehen achso kann ich gar nicht von hier schauen oder? ja da muss ich schauen in der einzelnen zu hause dann ja cool ich hab ja gesagt wir gehen so lange weiter bis wir einen Portpunkt finden oder? ja ja müssen wir uns ja nicht unbedingt mit allen anlegen sagt ja wenn ich schon geschossen hab achso meine schießen ja nicht mehr lol hab ich ja komplett aus glaub ich könnte einmal noch hab 13% grad 14 14 die Beine könnte ich vielleicht noch ey jetzt hab ich meinen scheiß verschwendet du Sack ja 15% 15% immer noch 15 45 47 ja yes was macht mein Vieh denn da schon wieder? das prügelt da irgendwelche Liga Menschen aber da kannst du es bitte einfach sein lassen ich weiß auch nicht was ich manchmal mache ich sag mir mein Ziel und dann machen die es halt manchmal manchmal nicht ist er wird der Wolf auch weiter wenn er tot ist oder was? hier ist irgendwie kein Ding mehr auf der Karte oder? oder kommen die erst wenn man sie sieht ja die kommen erst wenn du reicher wirst achso ja eigentlich auf jeden Fall ist hier ein Lager bin ich gut dann kann ich die erholen wir sind sehr low alle 71 hab ich Level 22 yay hey geil dann kann man wieder befreien warte ich mach meine mal auf äh Angriff volle Energie ja dann schießen sie da wo mein Zargegrad war in der Zeit so dumm ich dachte das ist einfach nur dass sie dann schießen dürfen wie schießt? doch machen die jetzt aber der erste Schuss halt ist dann da wo mein wo meine Maus ist und das ist dann irgendwie wo ich irgendwas auswähle okay okay das ist so ein süßer das ist so eine kleine Feuertante ich glaubt ihr habt so eine schon was du kannst den auch nehmen oder was den Typ? ja man was? Digga hör mal auf warte vier Eingriff einstellen no joke haben wir jetzt so einen scheiß Typen zu Hause? lol Liga der Pallfreunde ein gefangener Mensch auf der Insel Pallpapagos er ist schon weg hä? vorsicht hinter dir den selben Gegner oh Gott der Robin Jo Rüstung beschädigt und hungrig bei mir meiner schießt du auf Zelt oder was ist mit denen? oh man wie ich immer an Bäume rolle es gibt einen Baum hier in der ganzen Gegend ich rolle auf den gut reicht wieder okay die ist schon komisch aus so kaputt was was war das für ein Vieh? so eine kleine Kerzen aua so eine Damenkerze ne? ja ja krass das ist wohnert kein scheiß ich hab's er ich hab's nicht aufgepasst mein scheiß verhungert das Leben hat so krass runtergetippt das war der Hammer Jaja Hunger ist krass oder das erste Mal dass ich überhaupt nicht verhungert habe Brot okay und goldmünzen in die richtung schon mal links oder 219 meter dahinten ich sehe ja du kannst ja fliegen gern mit deinem fest erlebt er noch dann fliege einer nicht mehr aber ich hab keinen ich hätte den falschen flieger mit dem ich nicht fliegen darf was kommen wir runter ich glaube gar nicht oder das hat der größte abgrund der welt geht schon schau mal so eine einzelne dinge mal so ein bisschen ganz so treppen stufen ja ja hier auch so ein bisschen der nächste gleiter auf der ebene da ich sie es ja ja dann treffen wir es da saftig grünes ei ach so ich hatte was anders gell das hatte ich vorhin knüsternd ja das ist so geil mit dem hochklettern ich habe schon ja das war knuffig was ist denn mit dem hier aber ich kann die doch jetzt nicht ziehen noch mal das hat sich so komisch mal kurz doch ich muss mal kurz in dem final schon ob das ist auch zu dem pal dien gehört das ist ja glaube ich nicht der typ kann ja gar nicht ich bin nur hier gestanden was passiert ich habe jetzt drei bälle verbraucht denkt und dann oh man dann werden sie abgeschossen ich wollte eigentlich werte höhlen lp leben wichtig irgendwie keine ahnung ich es geht jetzt lp nehmen wir nicht direkt zum was schon da am speichern ja war schon dann hole ich dir auch mal schnell und den beim essen ich hab kurz kippen verteilt und dann kann man dann einfach nur warten und dann kann man dann einfach nur warten recken schlafen und so eine scheiße wenn meine tier wieder haben wurde ja da sind aber der wolf nicht nicht da ich glaube beim schlafen sind auch gut weil ich war gerade im skill dings da und dann auf einmal tschu bin ich da rausgeholt worden da oben haben wir schon mal einen boss auf der karte, eine 31er irgendwas bei dem liegen sogar bosse sehen ein rieser bier eine biene dieser wett dieser pentalia noch einen habe ich elfie dran sieht aus wie so ein bambi kommst du schlafen muss den kleine kiste tun die sind einfach da am nächsten tag glaube ich doch doch ich habe noch tot in der kiste die wollte ich noch ins team holen dass sie dann halt gleich happy sind das geht noch und jawohl bis da cool da sind ja alle hungrig ja zum schlafen ja da ist der boss nicht gemacht haben den großen den großen pinguin der ist beim eldenring plateau können wir kommen ja mal hingehen und erwischt dann bei der tante sind dann noch so viele bälle und so viele feine gewesen also ich wecke mir war nichts da aber derzeit produziert werden wir also ich habe eingestellt dass die sachen zwei stunden liegen bleiben standard 1 habe zwei gemacht ernten dir und es nicht so lange ich das dann soviel liegen bleibt nur kurz aber zwei glaube ich ist human falls man irgendwie nicht packt und ich glaubt er sich ich dachte erst an unsere sagt wenn man stirbt aber so im nachhinein hat auch gedacht hey wenn die das so liegen lässt die uschi und desto bleibt eine zeit wo sie unterwegs auch geil neun gleiter herstellen wenn wir matsch haben mal schauen kurz knochen brauche ich so einst du zufälligerweise habe ich nicht ein knochen auftauschen der pörner dann stoßt du den nicht an grönen sage ich wer hat den knochen speziell so so ja nicht so fliegende dinos also knochige dinos alle viele noch so eine komische galaxie da haben da ich habe eine 40 blaue noch und fünf grüne hast du kristin ist schon bei ok da brauchst du was bauen also du kannst es nur gern schau mal ob du matsch dafür hast du ausschlüpft ding blutstätte das hast du damit lagenfeuer gemacht wir haben keine paladienbruchstücke doch 99 ich würde mal jetzt gerade so zwei antike bauteile oh warte ist es wichtig weil die brauchen wir für alles was wir jetzt bauen ich wollte sagen also dass der brutkasten braucht zwei antike bauteile dann nicht bauen wir kriegen genug dinos und wir schlüpfen eben der zeit oder ja nicht so wichtig dann was kann denn mein futsi jetzt hier wussten dieser komische typ der eine hat keine passiven fähigkeiten anders boden ständig körpern hat einfach passivfähigkeit belastbar unbelastbar verteidigen müssen prozent ohne ja bei mir zumindest ja nichts ist ja okay und mal anders boden ständig so eine scheiße arbeitstempo handwerk level 2 sammeln level 2 genau das sind sie sind alle gleich das anscheinend ja bei mir auch krass und der hat angst der arbeitstempo 70 habe ich nicht was haben die den 1 70 an der verschiedene warte 70 hat jeder aussah hat 105 hat der 1 74 8 der depressed level 4 74 ich will mal einem lager von den arbeiten lassen lassen mal einen da tausche die prozesse macht er schon sehr gut hier ich tausche mal den um das da ich habe jetzt einem lager gelassen was machen ja er wäre gerne nur solche zu haben ist das nur menschen dann so menschen laufen herum wo ist der jetzt sind hier jetzt hat der holz mit den anderen oh mein gott wie wie lehm drei scheiß holz hacker wir machen noch hunderte der bruchstück hat 11 so wieder reparieren aber es passt es ist okay das system ist ja nur irgendwie wenn du irgendwo angreifst du irgendwas machst geht alles so kaputt so super schnell du hast dich wirklich chance noch aber ich hätte ja gar keinen bockmann im spiel was zu farmen das in die kiste zu tun der wenigst baunehmen sie im inventar von inventar du sie eine werkbank und dann baue ich erst das ist das psychose inventar kiste inventar werkbank bauen und dann fehlt was wo ist denn das jetzt ich bin habe immer so alles so aufgeräumt selbst selbst aufgeräumt nicht aufgeräumt ist halt nervig wo ist das mit dir so eine q müssen sie auf jeden fall noch machen in den bausachen ich habe es übersehen beim kochen habe ich immer nur einzelne sachen ich will nicht das eine kochen dann war das andere kochen ja ne q und dann weg ging ahja hier bewässern aber was habe ich denn als neues level ist das kann ich ein neues mehr machen ich habe gelevelt also betäubungsknüppel so wie bei arcton betäubungsknüppel ein nagkampfwaffe die dem opfer eine elektrische schock versetzt so betäubte pause leichter zu fangen für die herstellung wird hochwertige werkbank benötigt 20 elektro drüsen wir haben 15 ok dann kann man sie betäubt man kann man sie besser wie ok verstehe ich verstehe ich kann man was gehen wir bauen nachher große fangeisen ist so eine so eine bärenfalle dann den sattel für den king packer den king packer sattel ansonsten antiken sessel der rot ist sofa also sesseln halt so versetzen dann nämlich weiß gar nicht beim nächsten mal ist metall ist und die können wir sogar herstellen metall waren lederstoff wie das relativ guten schutz ist relativ schwer für die hersteller wird hochwertige also sondern langsamer metall herren kann auch dann herstellen nächste level springbrunnen aber ist immer für bewässerung habe ich schon gesagt und der geld klar den du in der tasche hast handschuh vom vorsichtigen greifen der beine von geld klar möglich ist dir im team ist als kleider zu nutzen ok antikes bad set das können wir nehmen als dekoration das ist geil einfach einfach eine badewanne mit vorhang aber kommt noch blumenbeet weißt du was heftig ist ich muss das mal ich musste das mal sagen wegen wegen der torte ich habe noch keinen einzigen von diesen lebensmittel gesehen irgendwo im spiel milch keine ahnung und honig fehlt milch kommt man bei dem einen händler kaufen ohne ich habe ich schon gelootet bei irgend so einem random blumen ok weg 7 für eine torte ist nicht wenig bestimmt teuer und zweimal honig und sonst acht eier der klima ja war ja nein da was so christian ist schon bei habe ich da saftig grünes brot kann nicht mehr reinziehen hier gibt es dem wolf auch doch lustig du musst dir mit den tieren irgendwie so in einem team haben und da losziehen damit du sie levelst das ist schon so ein jägerspiel ein bisschen die kisten beschriften wäre noch nice wenn das gehen würde obwohl es nicht unbedingt braucht du es einfach über alles reinschmeißen am besten halt nicht in jeder kiste ein stein wäre doof obwohl die tiere machen das ja wir machen das ja ich habe da eine kiste gehabt holz und stein nur ein und dann waren wir waren überall anders war es drin ja die werfen ohne gnade die haben eine leere kiste und werfen rein also wir könnten wenn ich jetzt hier auf den gehe wir könnten für 55 grüne herstellen mega sphären wegen metallbahn 55 ja machen wir einfach egal ich möchte eine taktus farm bauen was sagst du dazu düsteres jumbo naja oder was ist das ja das ist nett habe ich das jetzt gelernt oder nicht doch so jetzt genau 15 metall waren oh mein gott ich habe jetzt alle verbraucht das bahn seiner basis doch da hinten ist okay pass kriegt geht geil man dann scheiße so doch dass man es mit den ganzen tieren noch ziemlich gut abgraden kann und updaten kann optimieren kann dass die dann besser hier rumfahren und machen derzeit die vier lieber mir rum schwingen schweben sind ja mehr so mehr oder weniger passiv da weil ich diesen weil ich so eine rute ab sattel ab und ich dachte wenn ihr alle draußen sind arbeiten die mit machen ja nicht die schweben hinter mir das war's ich weiß auch nicht wie ich die jetzt weg kriegen kann mich jetzt hier rum lauft kann ich nicht eins bauen vielleicht ok der eine ist aktiv und dann noch drei da wir sind trotzdem ok wo sieht man denn welche sämtliche wichtiges objekt jetzt habe ich es okay naja jetzt habe ich was ich habe dann gesagt wichtig so wie ich habe da nie geschaut dass er sagt dass ich habe nur geschaut wegen dem futter wollte ich kann ja kein baum deswegen was so doch können wir bauen also kannst du mir da selbst ja ich kann ja bauen und du musst raus holen so rum jetzt fangen geschickt zu 11 brauche ich sieben punkte boah feinerei das ist ein zweites becken gebraucht ok mal schauen da werde ich hier dann hingehen hier das einer drin wie lange sind die denn depressiv nimmt um ein paar tabletten also dann kann man nicht depressiv seine ich kann mir vorstellen dass man die komplett rausnehmen muss aus der arbeit aber das geil ist geil ist ja da steht ja blablabla plus sieben und die anderen die sind halt auch depressiv bestimmt aber sieht man ja nicht das egal was man nicht sieht ist dann ich weiß nicht also aus dem augen mussten sind ja das habe ich hier so sind die herr gestellte hier noch nicht für was wollte ich metall eigentlich was wollte ich den machen soll ich gesagt ohne ich kann erst der sattel genau max hier ich kann ja auch mal die nehmen hier also dieser wir müssen den kühlschrank vielleicht anderweitig irgendwo anders hin tun ja er liegt schon ein bisschen weg ne vielleicht vielleicht einfach die steune neben diese pools ist jetzt auch nicht so schlimm da nicht sofort zugreifen können deswegen habe ich einen kleineren typen gesucht aber ich habe eine rausgetan nur also ich hatte keinen zweiten genau das war eine andere fähigkeit sortiert nach fähigkeit und auch kein frosty gefunden anderen schmilzt echt gut so technolog brauchst du irgendeinen sattel oder irgend so ein ding was du irgendwas hier mit dir weißt schon diese route irgendwas er beschworen dass wir schon ich habe gerade so einen truppwilder trainer gefunden und der hat gerade so ein wildes pokémon gerufen du in der basis ich bin unterwegs ach so ich wollte schon fragen ob wieder los gehen hätte ich schon los ich hatte nur gewartet auf die auf die auf die ähm ahja sphären meine ich dankeschön ist fertig oh die ach so da kann man jetzt so waffen herstellen gut hier ja ich habe den typen halt eiskalt zum pokémon geklaut ne so ein aus dem lager oder was ne hier so ein wilder also hier so ein random trupp da hat der mann sein pokémon gerufen und ich hab's jetzt geklaut mit der kugel eingesammelt ja ich meine wenn man den typ schon klauen kann warum dann nicht aus seinem pokémon ne war das so low oder was ja waren zehn halt aber habe ich noch nicht gesehen vorher ja cool dann nehmen wir mal mit ne klar war zwei stunden noch hier acker ne oh gott ist du jetzt tot? wann scheiß hab ich noch einen anderen coolen dabei ich kann ja mal schauen dass ich die vielleicht eins zu eins tausche nur ich sehe halt da nicht die andere in der liste diese liste kann man bestimmt scrollen da irgendwie wo steht plus sieben oder die ist woanders zu sehen noch dauert hier wieso habe ich denn eigentlich nur hunger? ja dabei nach dem tod sind die sachen nicht mehr in der tasche drin die bären wenn ich welche vorhin rein getan ist oder was du was auch in der tasche hast ich hab mal bären drin in diesem beutel ja ja warte mal warte mal schwein einfach gucke wenn auf dem fußboden liegen rein eine stunde viel cool ist sooo drin hier fast so das ist hier total zack ich weiß auch gar nicht was dieses auf jemand drauf sitzen so richtig bringt ich kannte halt da nie dodgen das nimmt voll viel schaden immer aber du hast mit dem chill von vorhin schon ein bisschen aufgereiht war ok aber ich irgendwie nicht verreckt halt nur der chill ist halt auch grad gut verreckt saftiges grünes jumbo der chill ist halt auch grad gut verreckt weil ich halt auf ihm drauf saft ne mhm weil ich aber du kriegst du auch schauen oder nicht ja kommt auch ein was nicht drückt ne ich kann nur diese scheiße magie-dinge Mapers schießen so seltsam ach du bist da weitergegangen wo wir waren ich komm dann mit dem wolf auch mal dahin ich bin hier bei dem king pack auf dem berg drauf Ich suche hier nämlich so einen Metallspot, weil ich glaube das war hier irgendwo, keine Ahnung. Ich hab doch gelust die Insel, ich dachte die ist klein. Aber ich finde hier ständig irgendwelche Eier und lass mich dadurch abblenden. Das ist vernünftig. Kannst du im Dorf hier? Da kann ich am besten. Äh, drei. Gewöhnlicher hab ich selber. Und so, hier wird so ein Flug viel besser. Scheiße, überall Abgründe hier. Oh. Okay, das ist doch mal schön aus Papier. So eine Brücke anscheinend. Holz und Stein. Wild. Auch selten, dass man sowas sagt. Ich hab ne Stein verstanden, als davor hab ich die akustisch nicht verstanden. Ich brauch Holz und Stein. Boah. Was machen sie damit? Alle Steine, die ich abbauen will, einfach weg, oder? Ich hab hier wohl irgendwo einen Stein herkriegen. Nope. Jetzt nicht, die spahnt. Alles die spahnt. Ich brauch noch Holz. Oba. Hey, geh mal erstmal auf der Map dann sowas. Taste E und Steuerung. Ja, du musst immer auf deinem Inventar gut achten. Oh, hier ist ja geil. So schöne Brücke hier. Aber so ein bisschen Ellen Rings, da hat das auch. Die Gegend hier. Na ja. Oh, da ist Rauch. Ist das das Dorf? Ich glaube. Besonders diese Brücke jetzt mit diesen Holz-Sicherungskosten. Mal machen. Munition liegen lassen. Oh, hier ist noch so ein Mammut hier grad. Hallo Mammut, was geht? Ach, du bist da bei dem Lager grad. V Lager zurückbauen. Aus der Range kann ich Lager zurückbauen? Mit V? Was heißt das? Dann reißt du das Lager ab. Aus der Range? Ja. Beim nächsten Portpunkt kannst du jetzt zu mir porten. Ah, weil du einen Portpunkt gebaut hast. Ja. Ich dachte, so ein Pile Ding kann man nur einmal bauen. War mir nicht klar. Ich kann meinen auch sagen hier, dass sie... Es geht nicht, kann ich nicht steuern auf dem Ding. Ich brauche, glaube ich, gar nicht. Ich bin schon hingelatscht. Alter, du kannst von überall, kannst du auf deine Pile Box zugreifen, ne? Du musst nur einen Automaten stellen. Da sind ja alle verbunden. Und oben steht Box 1 und 2, schätze ich mal. Das kannst du auf jede Box zugreifen. Jo ist hier schön gerade hier oben. Okay, cool. Hast du da auch? Wieso bin ich vom Mount abgehockt? Hallö schön. Hi. Ach, hier ist der Cheatspot. Ich glaube, wir sind ein paar Ärzte. Und dann müssen wir jetzt das Viech finden, dass das das abbauen kann, oder was? Richtig. Aber halt zumindest haben wir hier schon mal den Spot, dass wir uns da hin porten können. Kann man die Spots benennen? Ne, oder? Ne. Ja, ja. Sortier Box 2. Ne, 1, 2, hast du, das ist die Senke. Habe ich immer schon 16 Seiten gehabt? Box 1 bis 16? Ja, genau. Okay, jetzt, es macht also nicht mehr, sondern es ist einfach nur so Dingsbums. Ja, hier, der war jetzt neu. Oh, Papagei, Überfall. Wo denn? Hier oder bei uns oder drüben? Drüben, oder? Hier ist nichts. So, ich glaube drüben. Ja, dann geh mal rüber. Ja, okay, wir haben eigene Portinger setzen, dann ist der geil. Hey, wo habe ich mich dann hingeportet? Nach oben ist natürlich Depp entsteht, statt zur Burg. Wir müssen so ein Kontrollding bauen, so eine Glocke wieder. Ja. Dein Lager wird angegriffen vom, hä? Ist hier auf der Map niemand? Ja. Vielleicht doch... Hier ist nichts. Ich gehe noch mal zum anderen gucken. Jo, ich auch. Hier ist ja jetzt ja nichts. du siehst auch die angreifer auf der map normalerweise ach da hinten ist irgendwo ein danger danger oh ich war aus der range wegen dem puls dass du nicht auf 153 die ganze zeit oh man ja ja ich sehe ich sehe es ja puls bitte reconnecte mein freund irgendwie loswerden ok ist reconnecte geil gut läuft so hier oben ist auch ein geiler sporthek was und dann tust du dich hin und her porten und das erz mitnehmen weil du ja unendlich stacks hast okay du kannst aber nicht zugreifen auf die ressourcen von der anderen basis oder das wäre das wäre zu krass und die verbunden wären und das wäre ja wenn es so eine server setting einstellungen ist von 0 auf 1 das unmöglich so was zu drücken und so spots gibt es halt logischerweise noch genug für den ultrametall farm ja 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 Ahem. ich bin gemütet leulich die ganze zeit macht der ton bei das von alleine oder was ich habe es zu viel eingesammelt hier meine scheiße ich wollte ich kann nicht mehr gehen wegen dem jetzt kombat hier auch so ein 2 2 combat hier habe ich auch ein ach so dass den gar nichts lang ist das nur so rausgeholt ja ich hätte hier nicht überlebt es wir können einfach die bärde in der ersten kist nicht damit haus werden die wir drüben haben für die palt futtertrog 20 holz das war ein schulz sehe ich nie mission impossible 50 55 mit ich schlepp zu vier um hast du ich hab noch das ding ja okay so bären wollte mitnehmen wir haben hier die haben hier 982 bären hier sind 3 40.000 ja 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 so und ich bin wieder in porten ich will da wo du bist so ich hab holz und ich hab bären dann leben die erst mal ich habe mich geschaut ist überhaupt zum schlafen aber das ist ja egal was soll das schlafen wie futtertrog tu mal wo ist denn der sport der dinger sport ist trotzdem ich will es noch nicht darauf tun was soll ich doch nicht direkt neben das ding also dieses porting oder ziemlich nah da ist ja auch nichts so wo ich die bären daran habe ich 246 bären ja und dann noch bettchen und dann cool oder so mit dem der schläft hier davor kenne ich ja es ist ein alt welches quark oder was so jetzt brauchen wir welche das transportieren wer kann denn das transportieren in die kiste der nicht anderen blödsinn macht was braucht man denn da braucht man das transportieren hand symbol oder es ist die hand es ist nicht das paket paket es gibt auch ein paket ich muss schauen was das heißt alles paket ist transport hand ist handwerk